Edith Schulze-Westrum, mit vollem Namen Edith Käthe Elisabeth Schulze-Westrum, in Besetzungslisten manchmal auch Edith Schulze-Westrum, war eine deutsche Schauspielerin, Hörspiel- und Synchronsprecherin. Biografie Edith Schulze kam als jüngstes von drei Geschwistern zur Welt. Ihre Eltern waren der Oberleutnant und Adjutant Karl August Sigmund Schulze und seine Ehefrau Else Hulda Mathilde Schulze, Geb. Westrum, durch eine Verfügung des Regierungspräsidenten zu Stralsund vom 3. Juli 1917 wurde genehmigt, dass das Kind Edith den Familiennamen Schulze-Westrum annehmen und führen durfte. So setzte sich ihr Name also aus denen ihrer Eltern zusammen. Ihre Kindheit verbrachte sie zunächst in Ulm, später in Berlin und Greifswald, wo sie auch das Lyceum besuchte. Als 1914 der Erste Weltkrieg begann, wurde ihr Vater eingezogen und fiel bereits im ersten Kriegsjahr in Flandern. Nach erfolgreichem Schulabschluss reiste sie zu einem Vetter, einem Professor für Anatomie, nach München und blieb dort. Er verschaffte seiner Cousine eine Anstellung als medizinische Laborantin in der Anatomie. Aber die junge Edith zog es mehr zum Theater. Im Jahre 1926 sah man sie erstmals als Grimhild in den »Nibelungen« auf einer Münchner Studentenbühne. Die Studentin besuchte in der Stadt Vorlesungen über Vortragskunst und nahm privaten Schauspielunterricht. Schon 1927 erhielt sie einen Anfängervertrag an den Münchner Kammerspielen bei Otto Falkenberg. Dort war sie 1928 in einer Lulu-Inszenierung als Zimmermädchen Henriette zu sehen. Auf die Zofenrolle war sie in etwa 20 weiteren Inszenierungen festgelegt. Es dauerte noch eine ganze Weile, bis sie ihre erste klassische Rolle bekam. Doch dann wurde sie sehr bald eine bekannte Schauspielerin. Auch von den Kritikern der damaligen Zeit wurde sie durchweg sehr gut beurteilt. Es wurde vor allem auf die Wandlungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit ihrer Rollendarstellung hingewiesen. Das war elementare, großartig schonungslose Darstellungskunst, schrieb über ihre Leistung beispielsweise die Münchner Zeitung 1935 nach der Premiere des Stückes, Das Spiel von den Deutschen Ahnen. 1935 belegte man sie mit einer mehrere Monate andauernden Auftrittssperre, weil sie sich kritisch über die Nazi-Diktatur äußerte und sich für ihre jüdischen Freunde einsetzte. Danach wurde sie erneut von Otto Falkenberg an das Bayerische Staatstheater München verpflichtet. Bis Kriegsende war sie nur in einem Spielfilm aufgetreten. In den ersten Jahren nach dem Krieg ging sie häufig auf Tourneen und arbeitete als Synchronsprecherin, schrieb Texte für ausländische Filme und führte selber Regie, bevor sie wieder feste Engagements an den Münchner Kammerspielen und der kleinen Komödie erhielt. Seit 1948 war sie als freie Schauspielerin tätig. Zu ihren bekanntesten Theaterrollen gehören die Mutter Wolfen in Gerhard Hauptmanns Der Biberpelz, die sie mit großem Erfolg u. a. am Staatstheater Hannover sowie 1966 am Schauspielhaus Hansa in Berlin verkörperte, und die Selma Knobbe in Die Ratten, ebenfalls von Hauptmann, sowie die MRs. Evans in Seltsames Zwischenspiel von Eugene O'Neill. Als Synchronsprecherin ließ sie ihre Stimme U. a. Dolores Del Rio, Julia Fayet, Ruth Nelson, Jeannette Beecher und Aline McMehon. 1948 begann auch ihre Filmkarriere. In ihrem ersten Nachkriegsfilm Die Zeit mit dir war sie als Fürsorgehelferin zu sehen. Ein Jahr später spielte sie die Frau Beruschka in Tragödie einer Leidenschaft. Häufig war sie auch in Mutterrollen zu sehen, wie in Nacht viel über Gotenhafen als Mutterreiser oder Mutter Bernhard in dem Antikriegsfilm Die Brücke von Bernhard Vicky. 1961 spielte sie an der Seite von Gerd Fröbe die weibliche Hauptrolle in Via Mahler. Zur Mutter der Nation schaffte sie es allerdings nicht, was weniger an ihr als an der Art der Personen lag, die sie verkörperte. Bald wurde sie auch für das Fernsehen entdeckt. In vielen kleinen und großen Rollen war sie auf dem Bildschirm zu sehen, u. a. in der Fernsehserie Tournee – ein Ballett tanzt um die Welt als Tante Anna in einer der Hauptrollen. An ihrer Seite spielten in weiteren Hauptrollen Maria Littow, Gerhard Lippert, Albert Fenor und Harry Wüstenhagen. Die Hauptdarstellerin war sie auch in Schwester Bonaventura mit Hilde Kral, Mario Adorf und Horst Tappert in weiteren Rollen. 1962 spielte sie unter Regisseur Falk Harnack die weibliche Hauptrolle in Jeder stirbt für sich allein von Hans Fallader. Ihre Partner waren Alfred Schieske, Annelie Granget, Hartmut Reck und Werner Peters. 1965 sah man sie in der Hauptrolle des Films Das Haus in der Karpfengasse von Regisseur Kurt Hoffmann, der in zwei Versionen hergestellt wurde, einmal in einer Kinofassung und zum anderen in einer dreiteiligen Fernsehfassung, die inzwischen auch auf DVD erschienen ist. Für den Film gab es fünf Filmbänder in Gold. Auch in mehreren Hörspielen war sie aufgetreten, beispielsweise 1958 in dem Science-Fiction-Stück Die Stunde des Huflattichs von Günther Eich und 1967 unter der Regie von Dieter Munk in der Titelrolle des Stückes Die Gewehre der Frau Cara von Berthold Brecht. Ihre Partner waren damals Karl Parüller und Grete Wurm. 1962 spielte sie unter der Regie von August Everding in dem Kinderhörspiel von dem Fischer und seiner Frau der Brüder Grimm die Fischersfrau Ilse Bill. Die weiteren Hauptdarsteller waren Hans Kossi, Robert Graf und Benno Sterzenbach. In dem Zwei-Personen-Stück Wirklich Schade um Fred von James Saunders war sie 1965 gemeinsam mit Kurt Lieck zu hören. Mitte der 1950er Jahre kaufte Schulze Westrum, die eine Gartenfreundin war, ein Haus in Pullach. Ihre Liebe zur Natur konnte sie auch ihrem Sohn Thomas Schulze Westrum vermitteln, der als Zoologe und Tierfilmer bekannt wurde. Thomas stammt aus einer Beziehung mit Paul Verhöfen. Edith Schulze Westrum war fünf Jahre, von 1940 bis 1945 mit dem Filmproduzenten Toni Schälkopf verheiratet und hatte insgesamt zwei Kinder, Regine und den bereits erwähnten Thomas. Im Alter von 76 Jahren verstarb sie am 20. März 1981 in München an den Folgen der Parkinson-Krankheit, unter der sie schon geraume Zeit gelitten hatte. Die Beisetzung fand auf dem Waldfriedhof des Münchner Stadtteils Sollen statt, bei der Heinz Rühmann, der mit ihr gemeinsam bei Falkenberg engagiert war, die Grabrede hielt. Auszeichnungen 26. Juni 1960 Bundesfilmband in Gold für die beste Nebendarstellerin in dem Spielfilm Die Brücke aware. dell verkligen 觉 ticker Discels